klick halli hallo freunde der leichten unterhaltung mein name ist marco lorenz und heute wollen wir mit einem thema beschäftigen ein sick appeal in diesem fall ein haarentährungsgerät viele von euch kennen diese geräte gibt es in verschiedenen ausführungen verschiedenen preisen das hier ist eine etwas hochwertigere variante warum die kann ich unter wasser arbeiten sondern hat sogar noch nie bei licht problem ist bei diesem gerät ab und zu mal geht auch mal natürlich jeder akku nach gewissen zeiten vorbei das heißt quasi im betrieb auch unter wasser bekommt man sehr schnell mit das akku mit der scheiße ist und wir wollen heute mal mit euch den akku austauschen und jedes dabei zu sehen wie das ganze funktioniert für euch zu hause zum nachmachen ich hole die kamera weiter hierher zum arbeitsplatz damit ihr genau zu sehen könnt wie ihr es machen müsst ist natürlich von jedem gerät anders also sind nicht alle geräte gleich und jedes gerät seine vor- und nachteile wie auch vielleicht dieses gerät so ich stehe die kamera runter tisch platz so ich hoffe das reicht für euch als sicht ihr müsst natürlich als erstes darauf achten was für gerätschaffend sind die darin verarbeitet natürlich nicht erstmal hinten bei mir zum beispiel ist ein druckknopf bei das gerät so weit auseinander das ist von der baulicht irrelevant dann braucht ihr dafür mindestens einen schlitzschraubenzieher und dann so ein sternförmigen tt kann an wie das ist die mir bekommen hat so einen sternförmigen schraubenzieher gibt es im faszien baumark zu kaufen weil ihr müsst nämlich schrauben entfernen unter anderem hier an ein gerät hier und ich glaube intern war auch eine schraube die ich nachher lösen muss nur werden natürlich sagen wie ist die schraube lösen und die schraube löse komme ich ja noch nicht ran nein das hier außen muss auch noch ab wenn nur wenn die beiden schrauben löst bekommt ihr nicht das gerät raus das war so keine sicherstechnik deswegen braucht ihr ja den ein schlitzschraubenzieher das einzige problem womit ihr euch schon mal vorher beschäftigen könnt müsst wo bekomme ich eine batterie her in diesem fall ist bei mir sogar eine original batterie gerade eine braun lithium serie und epilierer lithium akku neu das sind die spezialbatterien die bekommt ihr nicht in jedem normalen baumark zu kaufen sondern dann müsst ihr über online shops mal diverse shops mal durchgoogeln wie es bei mir sieht die batterie so aus wie erimus hat zwei pole gibt es auch ohne pole zu kaufen aber das ist ja quasi entscheidend ihr müsst gucken dass es quasi so eine batterie ist die auch für dieses gerät verwendet wird sonst kommt ihr nicht weit also als erstes müssen wir wie gesagt hier ein bisschen fein gefühl wir wollen nichts erkratzen das plastik teil hier entfernen so das ist in diesem fall einfach nur eingehakt ist also von art dann nicht schwer zu entfernen wenn sobald die eine seite gelöst habt könnt ihr den rest ganz einfach unternehmen das reinsetzen ist naja auch relativ simpel wieder ist quasi dasselbe nur rückwärts und dann entfernen wir auch den schaltkreis hier der ist auch nur eingehakt der ist natürlich ein bisschen zwickiger eingehakt muss man selber gucken wo ich den mal gelöst hatte da habe ich ihn gelöst also bei mir in diesem fall war es unten einmal reindrücken dann habe ich ihn auch gelöst weil wenn ich den nicht entferne bekomme ich lieber mein gerät das über die glühbirne nicht weg also habt wenn ihr ein gerät ohne glühbirne habt den braucht ihr wahrscheinlich gar nicht so groß umherfummeln ich muss da ein bisschen mehr der doktor arbeit anwenden so und irgendwo hängt er jetzt noch ja ihr seht natürlich will der hersteller nicht dass sie jeder 08 15 die tot bei geht und die geräte selbstständig repariert weil die wollen ausschließlich was verkaufen und wenn quasi das jeder hier repariert kann man es verkaufen jetzt lösen wir die ersten beiden schrauben achtet bitte bei den schrauben darauf wo ihr sie hinlegt das heißt quasi am besten chronologische reinfolge dass auch wisst welche schraube wo rein gehört allgemein empfiehlt sich so eine operation nur wenn zum beispiel keine garantie mehr auf diesem gerät befindet beziehungsweise ein neukaufpreis gegenüber so einer vielleicht fünf nützigen op und einer batterie 24 euro gewesen wenn quasi der neukaufpreis dem wert des gerätes noch deutlich übersteigt wie es bei uns wäre es in diesem fall in dem das gerät kostet glaube ich neu äh quer sind lügen also mindestens 100 euro mit der glühbirne oh das habe ich angemacht wollte gar nicht so jetzt habe ich den dummen ring auch am fänden der wollte gerade nicht ab so also jetzt haben wir das gerät soweit lose ihr seht von hatte ganz einfach diese schalte mich nimmt man sich mit einem kleinen mini hebel so jetzt tue ich jetzt ganz sanft auf diese kontakte drauf drücken um das gerät ein bisschen nach vorne zu machen der akku der hier drin ist der ist wirklich defekt auch wenn das gerät gerade funktioniert aber bei der benutzung bei der dauer sieht man dann quasi das akku sehr schnell nach geht so jetzt haben wir das gerät draußen so das gerät aus einmal von links nach rechts drehen und da haben wir den akku sitzen ähm bevor ihr den akku raus sind markiert bei euch am gerät so wie ich auch gemacht habe wo der pluspol sitzt weil wenn die batterie einmal draußen ist man sieht es hier nicht gut da oben ist plus abgezeichnet aber ich glaube bei der original batterie glaube ich jetzt war es nicht zu erkennen wir gucken gleich mal das rauskriegen ist natürlich auch ein bisschen tricky ist natürlich wie gesagt alles baulich so veranlagt dass da keiner groß und herfummeln soll ja okay hier ist auch verzeichnet also quasi achtet darauf dass oder wie auf dem gerät selber steht nichts drauf ne auf dem gerät ist nicht vermerkt wo plus ist also quasi wenn ihr die batterie raus sind guckt wo bei der batterie die pluspol ist und markiert euch das plus man fing da mit dem eigenen plus bitte wisst da oben kommt plus rein batterien bitte nicht in hausmüll sondern quasi in den dafür entsprechenden behälter rein so nachdem wir draußen haben die alte batterie führen wir die neue batterie ein kann man mit einem testlauf machen die ist natürlich mittlerweile die lagen sind habe ich ja zu hause umher komplett leer ihr seht die neue batterie also hat auch halb so wild da weiß ich die flüge nicht haben ja nie ausgepackt wenn ihr auch getauscht das erkennt man naja die sind abkunde zu hause am nippel so dann fügt ihr wieder alles ein und macht die ganzen schritte jetzt die vorher gemacht habt eigentlich wieder genau so aber halt nur rückwärts bevor was du gehst ich habe aber mir die die lampe mit drin das heißt ich muss jetzt einen schritt schon vorziehen was sonst nachher nicht mehr klappt so muss raus nehmen das muss mich beim medium schon in der ring rum machen wegen der lampe klick klick so jetzt können wir denn überhaupt die hat noch hier jetzt können wir englisch anschrauben wieder so achtet bitte bei eurem gerät wenn es wassertauglich ist auch dass ihr die schrauben so fest wie möglich dran zieht nicht überdreht nicht mit gewalt aber zumindest muss das gerät wieder wasserlich sein weil ansonsten wenn ihr quasi die schrauben nicht richtig fest zieht und das trinkt wasser ein ist das gerät natürlich am arsch weil sobald wasser in der elektronik drin ist wisst ihr wie es ist bei jedem zeug war es das gewesen so decke drauf und sonst stufe 1 stufe 2 funktioniert ihr seht die batterieleucht blinkt weil sie sagt akku akku leer akku leer akku leer decke wäre drauf laden und das gerät funktioniert theoretisch wird die batterie funktionieren jetzt schon aber wie gesagt die batterie ich habe die batterie schon geführt ungefähr ich mache das kamera zu mir halli hallo so ich habe die batterie schon ungefähr bei mir mindestens ein halbes jahr zu hause rumliegen also deswegen ist klar dass sie dann irgendwann auch überlagert und leer ist aber da es ein akku ist kann man den wieder nachladen ja wie gesagt die alte batterie mit nach hause nehmen oder ihr seid gerade zu hause ich bin ja gerade im außenstudio und dann quasi dementsprechend in den entsprechenden containern meist im supermarkt steht zum batteriebehälter da wird der entsorgung nicht in den hausmüll ja das war es gewesen gerät wurde quasi repariert akku wird gewechselt das schwierigste bei diesen geräten ist hat wirklich nur den original oder ein akku zu besorgen der original ist da müsste ich beim akku rausnehmen würde ich ganz genau auf die beschreibung achten wie die batterie genau heißt dann einfach nur eingeben batterie e pediere hilft nicht ihr müsst schon ganz genau den typwissen weil ansonsten habt ihr natürlich das problem dass die batterie hier im 2.2 nicht reinpasst so das war es von mir vielen dank fürs zusehen bei dieser kleinen reparatur ausgabe bis zum nächsten mal euer marco lorenz folgt mir auf instagram unter marco lorenz-youtube bis ansprechend schön mit ö euer marco lorenz so siehste mal siehste schatz alles wird fertig bis hin bisanja bis